Eine Schlussbemerkung. Die Abgeordneten der Koalition haben sich heute mit ihrer Zustimmung zu dem vorgelegten Antrag der Bundesregierung dem Kanzleramt unterworfen. Sind faktisch die Erfüllungsgehilfen des Bundeskanzleramts, das ist Abgeordnete des Deutschen Bundestages nicht würdig, sie haben Rechte, die das Parlament erkämpft hat, aufgegeben heute. Das wird Folgen haben, weder die Bundesregierung noch die Abgeordneten der Koalition konnten uns konkrete Bestimmungen aus Verträgen oder Vereinbarungen benennen, die die Bundesregierung tatsächlich daran hindert, den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses die Selektorenlisten zur Verfügung zu stellen. Wir haben mehrfach nachgefragt. Die Bundesregierung sagt keine konkreten Bestimmungen, weil es solche nicht gibt. Aber das Argument zu sagen, es ist ein erster Schritt, das ist ein erster Schritt, das ist ein erster Schritt, das ist ein erster Schritt. Benennung, Beschließung von Edward Snowden, sie behauptet, sie würde die Tür noch ein Stückchen offen lassen, aber in der Sache selber akzeptiert sie die Bedingungen der Bundesregierung und zwar kritiklos. Ich habe heute kein einziges kritisches Wort an der Entscheidung des Kanzleramtes gehört. Ich habe allerdings im Ohr sowohl vom Kollegen Fliesek als auch von anderen Abgeordneten der Koalition, wie sie in der Vergangenheit immer wieder betont haben, erstens, dass die Abgeordneten selbstverständlich die Listen selber sehen müssen, um zu sehen, welche Begehrlichkeiten hatte die NSA damals und welche Personen, Institutionen, Parteien, Regierungen im Auftrage der NSA durch den Bundesnachrichtendienst ausspioniert worden sind. Aber dass sie dieses Ziel völlig aus den Augen verloren haben, wir haben ganz klar die Antwort bekommen, diesen V-Personen setzt die Bundesregierung ein, sie bestimmt den Vertrag, sie bezahlt und sie muss dieser Person letztlich eine Aussagegenehmigung erteilen, wie das bei den bisherigen Zeugen auch der Fall gewesen ist, sodass sie in jedem Satz, wie wir das ja häufig erleben, einschreiten kann und sagen, darüber darfst du oder dürfen sie jetzt nichts sagen, Fragen nach Einzelheiten dürfen sie nicht beantworten. Vielen Dank.